Herzlich willkommen. Sie hören die Sendung Fernruf im Kontrafunk. Und für alle, die zum ersten Mal hier hereinhören, in unserer Sendung geht es um Auswanderer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. In den letzten Jahren war nämlich einiges in Bewegung. Nicht erst seit Corona haben viele den Absprung in die weite Welt gewagt. Aber wie geht es den Auswanderern? Was haben sie vorgefunden? Womit kann der neue Lebensmittelpunkt glänzen und was vermisst man? Heute begeben wir uns geistig gemeinsam nach Brasilien zu Harald Nitz und seiner Familie. Er ist 2006 schon nach Brasilien ausgewandert. Er lebt aber nicht in einer der großen Metropolen, sondern in einer mittelgroßen Stadt mit 25.000 Einwohnern. Von ihm hören wir, was daran das Besondere ist und was die Brasilianer eigentlich zu Brasilianern macht. Und gleich zu Beginn führt es uns nach Litauen, denn die Schweizerin Karin Bolliger ist nach einem Urlaub im Baltikum in Litauen hängen geblieben. Sie und ihr Mann haben sich sofort in das Land verliebt und jetzt betreiben sie ein Hotel an einem See und wollen auch nicht wieder weg. Wenn auch ein geostrategisches Detail immer im Hinterkopf herumspukt. Ich bin Gernot Stanowski. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt ein bisschen mitnehmen kann. Sie hören den Fernruf hier im Kontrafunk. Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mobilität gerade bei den jungen Menschen in den letzten Jahren noch mehr zugenommen hat. Und natürlich zieht es die Reisenden an wunderbare Orte wie Paris, Rom, Barcelona oder Stockholm. Aber was das Phänomen unserer heutigen Zeit zu sein scheint, ist, dass eben viele Touristen für sich auch den Anspruch haben, Orte abseits der gewohnten Trampelpfade zu suchen und zu finden. Ein bisschen abseits, zumindest von unserem mitteleuropäischen Fokus, liegt Litauen. Dorthin gehen wir jetzt. Denn dorthin hat es Karin Bolliger mit ihrem Mann verschlagen. Die haben es sich dort gemütlich gemacht oder zumindest sind sie gerade dabei. An der Ostseite eines wunderbaren Sees, schön abgeschieden. Beziehungsweise sie machen es den Gästen dort gemütlich, denn sie haben dort ein kleines Hotel. Sie sind aus der Schweiz ausgewandert und haben im östlichen Teil von Litauen ein neues Leben angefangen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass sie da ist. Guten Tag, Karin Bolliger. Hallo, grüezi. Ja, grüezi. Hallo. Wir haben mit dieser schönen Kulisse gerade angefangen. Beschreibe bitte mal, was du siehst, wenn du da auf diesen See blickst. Wie muss ich mir diese schöne Hotelkulisse am See vorstellen? Ja, also heute scheint die Sonne. Wir haben ganz wenige Wolken und es geht ein kühler Wind. Man merkt es, Mitte Mai ist noch nicht überstanden, aber fast, wo dann einfach immer noch die Nächte kalt sind und der Morgen frisch. Und trotzdem, ja, das schöne Wetter, die Sonne auf dem Rücken und im Gesicht tut sehr gut. Genau, eben auf dem Rücken. Das ist der Punkt. Wenn du auf den See rausschaust, hast du, wenn die Sonne aufgeht, was ist da gerade das Besondere? Also das Schönere ist dann vielleicht eher der Sonnenuntergang, oder? Wenn das von Westen dann reinscheint. Ja, gerade gestern hatten wir einen wunderschönen Sonnenuntergang und ich musste das auch filmen, weil man die Vögel hörte. Die Nachtigall, die hat da gehalt durch die schöne Abendstimmung. Das war wirklich einfach einer dieser magischen Naturmomente, die wir immer wieder hier in Litauen so intensiver leben. Und das fasziniert uns auch unheimlich. Es ließ sich auf jeden Fall nicht überhören. Allein durch unsere Begrüßung gerade geriert sie. Ihr kommt aus der Schweiz. Dein Mann ist, glaube ich, Deutscher, aber gerade die Schweizer, die sind nicht so auswanderungswillig, ebenso wenig wie die Österreicher. Deswegen, was war eure Motivation? Wie ist es dann trotzdem dazu gekommen? Ja, wir haben vorher in der Nähe von Zürich gelebt, auch relativ ländlich. Wir haben immer sehr, sehr gerne die Natur und die Ruhe und Erholung. Und wir sind bei dem Motorradfahren und in der Regel sind wir immer mit dem Motorrad eher in den Süden gegangen, an die schönen warmen Orte oder in den Bergen rumgekurvt. Und irgendwann dachten wir ja, wir sollten mal in den Norden gehen. Und Skandinavien war eigentlich unser Hauptziel und die baltischen Staaten, Polen waren uns noch nicht bekannt, nur so vom Hörensagen. Und dann haben wir die Route studiert und gedacht, ja, alle fahren via Dänemark, Schweden da hoch, aber das Unbekannte reizt uns. Lass uns durch Polen fahren. Und wir haben auch gelesen in Reiseberichten, dass die Strassen gut sind. Und dann haben wir gefunden, gut, das machen wir so. Und wir hatten gut drei Wochen Zeit. Wir wussten einfach, wann wir in Hamburg sein müssen mit dem Nachzug und wann wir wieder retour müssen nach Zürich. Der Rest haben wir alles offen gelassen. Wir haben nichts gebucht und sind einfach gegangen mit unserem Zelt im Gepäck und sind dann Richtung Polen. Und in Polen schon waren wir total begeistert von dieser Natur, von den Seen und die schönen Ortschaften, das gute Essen. Und dann in Litauen, da spürte man einfach schon so eine andere Atmosphäre. Ich kann das nicht beschreiben. Jedenfalls waren da noch andere Motorradfahren mit litauischem Kennzeichen. Die haben uns freundlich gegrüsst und die hatten wahrscheinlich Freude, Schweizer Nummer-Schilder zu sehen da oben. Und ja, irgendwie hat uns das einfach beim Durchfahren so bewegt, dieses Land und was wir gesehen haben. Und am zweiten Tag kam einfach mir dieses Gefühl oder dieser Gedanke, hier möchte ich leben. Und ich war erst total selbst erschrocken, weil ich normalerweise nicht solche Gedanken habe. Es war auch nie ein Thema, die Schweiz zu verlassen oder auszuwandern. Wir haben nie so etwas gesucht. Und ja, plötzlich war dieser Gedanke da und ich war einfach so bewegt, emotional. Also so ein bisschen ein romantischer Knall-auf-Fall-Effekt von einem auf den anderen Moment, umgeben von den Eindrücken und der wunderschönen Natur. Aber im Nachhinein ist es dann vielleicht so, wo du sagst, wo die Entscheidung dann schon gefallen ist. Hat euch irgendwas gefehlt? Hat euch zu Hause irgendwas erdrückt, was euch hier jetzt ein bisschen freier macht, abgesehen von der Schönheit von Litauen und so weiter? Ich komme mir eigentlich nicht so viel in den Sinn, ausser natürlich in der Schweiz hat es viel, viel mehr Verkehr, Stau, viel mehr Menschen. Und das merke ich aber vor allem, wenn ich von Litauen in die Schweiz fahre. Da erschrecke ich manchmal fast so viele Menschen und das Gewusel. Aber man gewöhnt sich dann sofort wieder dran. Also es ist eigentlich nichts, was mich bis jetzt wirklich gestört hätte. Man lebt damit. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ja, die Schweiz ist mir zu eng. Weil es gibt so viel Schönes auch in der Schweiz, was wir sehr schätzen und was wir lieben. Und es war wirklich nie der Wunsch da oder der Eindruck, ich muss da weg. Hier in unserer Fernrufsendung kommen ja viele Leute zu Wort, denen es in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht gefallen hat, wie die Gesellschaft so miteinander umgegangen ist. Dass eben viel über staatliche Übergriffigkeit gegangen ist. Dass viel über Spaltung und Denunziation gegangen ist. Habt ihr das mitbekommen, wie gerade die Corona-Zeit in Litauen gewesen ist? War das da ein Thema? Und wenn ja, wie stark? Also während dem Lockdown waren wir in der Schweiz. Da haben wir das nicht so mitbekommen, was da läuft. Wir mussten ja unseren Umzug verschieben, drei Monate nach hinten, weil wir genau in dieser Zeit umziehen wollten. So, dann habe ich das Akute eigentlich nicht so erlebt hier in Litauen. Aber es hat dann immer wieder auch Restriktionen gegeben. Man durfte nicht aus seinem Rayon zum Beispiel, man durfte nicht in die andere Stadt einkaufen gehen, nur da, wo man lebt. Und da hat es auch Polizeikontrollen gegeben und Bussen gegeben. Oder wir haben gehört von Nachbarinnen, die sich besucht haben und die wurden verpetzt und sofort gebüsst und mit saftigen Bussen. Also das hat dann 500 Euro Bussen gegeben. Und das ist natürlich für so Menschen hier, das ist ja fast ein Monatslohn. Das ist natürlich happig. Also das ist wirklich ganz schrecklich, finde ich. Eine hohe Bürde. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also auch das ist an Litauen nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Kommen wir aber mal zum Lohn beziehungsweise zur Arbeit, zu eurer jetzigen Arbeit. Das ist ja immer so ein bisschen dieser schöne, aber manchmal auch blauäugige Traum. Ja, ich mache jetzt eine Pension auf oder ein Hotel. Hier ist es schön. Lass uns hier bleiben. Und ihr kommt ja beruflich auch aus einem total anderen Bereich. Ja, du bist Kriminaltechnikerin. Und da muss man ja auch umdenken, wie anstrengend war für euch denn dieser Umstieg. Weil ich meine, ein Land toll zu finden und zu sagen, ich will dort leben, ist ja die eine Sache. Aber dann zu sagen, ich mache jetzt ein Hotel auf, in einem Land, das ich nicht kenne, bei einer Sprache, die gar nicht mal so einfach, glaube ich, ist zu verstehen oder auch zu sprechen. Und in einer Gegend, die jetzt eher ländlich geprägt ist, um es mal defensiv zu formulieren. Wie habt ihr das gepackt? Also das ist ja auch etwas, was eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit mit sich bringt. Wir sind einen Weg gegangen und wirklich Schritt für Schritt, Tür um Tür haben wir geöffnet, haben geguckt, wo geht der Weg weiter und was ist wirklich das, was wir wollen. Wir haben einen 60-seitigen Businessplan geschrieben, wir haben alles reingepackt, auch neben den ganzen finanziellen Aufschlüsselungen, auch die Emotionen, was muss man da erleben, was muss man sehen, was muss man spüren, warum kommen die Leute zu uns. Und am Schluss muss man natürlich einfach den Schritt wagen und schauen, fährt dieses Schiff auf dem Wasser, hält es das aus, ist es das. Und es steht und fällt auch sehr viel mit den Mitarbeitern, die man bekommt und die diesen Wunsch und Traum mittragen. Und wir hatten da auch wirklich, sage ich auch, großes Glück mit diesen Menschen, die wir anstellen durften, die diese Vision sehen und mittragen. Das wollte ich nämlich auch sagen, auf die muss man sich dann auch verlassen können und manchmal ist es so, gerade im Gastro-Bereich, da Leute zu finden, du weißt das vielleicht selber, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, händeringend werden die Leute ja gesucht und sie sind nicht da. Da muss man dann auch Leute haben, die das Ganze mitziehen und Spaß an der Sache haben. Ja, absolut. Man kann natürlich schon auch die Mitarbeiter führen und ausbilden und unterstützen und motivieren, aber das müssen sie wirklich schon in sich drin haben, diese Bereitschaft. Was habt ihr für Gäste? Sind das die klassischen Rucksack-Touristen? Sind das Pärchen? Sind es Familien? Oder ist es der reiche Erdölbesitzer aus Amerika, der quasi so auf Qualitätstourismus achtet irgendwie in Europa? Wer taucht bei euch auf? Also hauptsächlich haben wir einheimische Gäste, die kommen aus den Städten, die wollen sich ein schönes Wochenende oder eine schöne Zeit gönnen. Wir haben viele, die ihre Jubiläen oder Geburtstage feiern. Wir haben aber auch Firmen, die kommen für ihre Geschäftsanlässe, ihre Meetings. Manche bleiben mehrere Tage, manche bleiben für einen Tag, die machen ihre Konferenzen da. Ja, wirklich ganz verschiedene durchs Band. Das ist schön, weil man dann auch ganz verschiedene, unterschiedliche Leute kennenlernt und das finde ich immer das Faszinierende. Man macht ja nicht einfach nur einen Job dort. Ihr habt euch entschieden, dort festzuleben und seid auch darauf angewiesen, mit den Einheimischen wirklich in Kontakt zu kommen. Was ist denn so der Schlüssel zum Charakter oder zum Herzen der Litauer? Also wie erobert man die beziehungsweise wie schafft man es, mit ihnen klarzukommen? Was ist ihnen wichtig? Ja, ich glaube, man darf keine Berührungsängste haben und einfach auch auf sie zugehen. Und ich denke, wenn man auch schon die Sprache spricht oder versucht, mit ihnen zu kommunizieren, da haben sie total Freude. Und schon, ja, sage ich jetzt einfach, die Schweiz ist halt schon hier in Litauen. Die Leute lieben die Schweiz. Das ist noch schön. Und wenn sie hören, wir kommen aus der Schweiz, dann sind sie immer total aus dem Häuschen. Das ist wirklich so. Also da haben wir vielleicht schon ein bisschen einen Bonuspunkt. Das stimmt. Und natürlich weiß jeder, dass die Schweiz ein neutrales Land ist. Und da kommen wir auch mal zu einer bisschen geopolitischen Komponente. Danach muss ich jetzt auch fragen. Der politisch Interessierte, der guckt auf die Karte und denkt sich, oh Litauen, ja genau da im Osten, da ist ja diese Suwalki-Lücke, dieses kleine Stück Land, das also den russischen Teil Ostpreußens, Kaliningrats, von Weißrussland trennt. Was merkt man denn bei euch? Und auch deinem Umfeld von dieser Situation? Also hier auf dem Land, muss ich sagen, merkt man eigentlich nicht viel. Ausser die Inflation, die sehr hohen Kosten, die gestiegen sind, extrem in den letzten Jahren. Also es hat ja schon bei der Pandemie angefangen. Aber hier, man möchte eigentlich nicht über den Krieg sprechen oder über diese Situation, die da ist. Und man will sein Leben leben. Die Menschen sind aber auch motiviert, wirklich ihre Zukunft zu bauen, insbesondere bei den Jungen. Man merkt, sie wollen Ausbildung, sie wollen etwas bewirken, etwas erreichen. Wahrscheinlich in den Städten ist es anders. Aber das kenne ich nur so von den Facebook-Seiten, wenn man das so liest, von Vilnius, wo die Leute sich wirklich viel Sorgen machen. Und hier, ich denke, ja, die Leute wollen gar nicht so drüber reden. Verstehe. Man trägt das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber man will es nicht immer jeden Tag an sich heranlassen. Weil du es schon angesprochen hast, vorhin so von wegen, wenn die mal 500 Euro Strafe zahlen mussten in der Corona-Zeit, weil sie irgendwelche Maßnahmen nicht beachtet haben, das ist ein Monatslohn für die. Wie sind denn hier so die Lebenshaltungskosten? Und was muss ich denn so finanziell mitbringen, damit ich hier ein schönes Leben haben kann in Litauen? Ja, ein schönes Leben, das ist immer relativ. Ja, die einen, die sind glücklich, wenn sie einfach ihr Lebensunterhalt bestreiten können und die anderen müssen unbedingt noch ein Auto und Ferien haben, irgendwo hinfliegen. Da kommt es halt drauf an. Es ist, sage ich mal, zwischen 1.000, 2.000 Euro im Monat ist so etwas so das normale, gewöhnliche Einkommen. Allein vom Angebot, wenn du da einkaufen gehst, das muss ich mir jetzt nicht so Tante Emma ladenmässig vorstellen. Wenn ich da einkaufen gehe, ist wahrscheinlich auch von den Läden an sich alles tipptopp, oder? Ja, absolut. Man bekommt wirklich alles. Es sind Warenhäuser, die wir auch in der Schweiz haben oder wie wir es kennen, mit halt anderen Lebensmittelmarken. Natürlich vermisse ich auch gewisse Sachen aus der Schweiz, die nehme ich mir manchmal mit, aber sonst, man bekommt alles, ja. Ich traue mich ja fast gar nicht zu fragen, weil ihr seid selbstständig. Ihr habt euch um die Mitarbeiter, um das Hotel, um die Befindlichkeiten und Bedürfnisse eurer Gäste zu kümmern. Aber jetzt komme ich trotzdem auf den Faktor Freizeit. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was das ist. Wie gestaltet ihr die, beziehungsweise ist es euch einfach nur genug, am Ufer zu sitzen, eine schöne Tasse Tee zu trinken, der Nachtigall zuzuhören und zu sagen, hier bin ich Mensch, hier will ich sein. Oder müsst ihr auch ab und zu nochmal irgendwie auf die Motorräder und dann ab an die Ostseeküste, auch so ein bisschen Tapetenwechsel. Wie gestaltet ihr eure Freizeit, beziehungsweise wie gut ist das möglich in Litauen? Ja, also das Motorradfahren, das fehlt mir schon sehr. Aber auch durch die ganze Pendlerei war es auch nicht so möglich, so spontan auf das Motorrad wieder zu sitzen wie früher. Da habe ich 10.000 Kilometer im Jahr gemacht. Jetzt im Moment sind es ein paar hundert vielleicht mal, wenn ich einen Tag weg kann. Aber das ist sehr, sehr eingeschränkt im Moment. Aber jetzt, wenn ich wirklich permanent da lebe, dann möchte ich wirklich wieder mehrere Kilometer fahren, weil das mir einfach hilft, auch im Kopf. Und das Verlüften, das ist für mich einfach wie Therapie. Und vom Freizeitangebot. Weil ich frage aus dem Hintergrund. Ich habe von einigen Auswanderern auch gehört, ja, wir haben das alles geschafft. Wir haben die Bürokratie besiegt. Wir haben ein Häuschen gefunden. Wir haben einen Job gefunden. Aber als wir gemerkt haben, oh, die ganze Auswanderung, die hat funktioniert. Aber wir wussten von Tag 10 an nicht mehr, was wir miteinander anstellen sollten, weil wir einfach nicht genau wussten, wie wir unsere Freizeit gestalten sollten. Also für andere Leute, die das jetzt hören, gibt es da, keine Ahnung, es muss ja nicht gerade der Freizeitpark sein, aber ist da Holzfällen die Lieblingsbeschäftigung der Litauer? Oder worauf muss ich mich da einstellen? Ja, also in Litauen generell, es gibt für alle interessenten Hobbys oder was auch immer gibt es Angebote. Wirklich, die machen dann auch noch so verrückte Dinge wie Rallys, was ja auch hier möglich ist. In anderen Ländern ist das wegen den Auflagen gar nicht möglich. Aber hier, ja, gibt es verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Museen, Kultur, Fester, was auch immer, Eisfischen. Also es gibt wirklich verschiedene Dinge. Aber mein Mann und ich, wir sind eigentlich schon eher so, nicht so die Adrenalin-Junkies. Wir lieben uns auch uns einfach zurückzuziehen und einfach gemeinsame Zeit zu verbringen, irgendetwas im Garten zu machen oder mit dem Hund zu laufen oder ja, eben Motorrad fahren. Genau, so. Jetzt muss ich es aber trotzdem fragen. Wir haben uns über die Ernsthaftigkeit der Litauer unterhalten und über die Sowalki-Lücke und über diese, naja, jetzt nicht unglaublich heiße, aber dennoch ein bisschen bedrohliche Situation, dort eingequetscht zu sein zwischen dem russischen Teil von Ostpreußen und zwischen Weißrussland. Wie bereitet ihr euch auf diese Situation vor? Also wie geht ihr ganz persönlich damit um? Seid ihr so drauf, dass ihr dann sagt, ihr habt noch irgendwie dann einen Rettungsanker doch noch in der Schweiz oder sitzt ihr schon ein bisschen aufgepackten Notkoffern, sage ich jetzt mal? Oder gibt es da irgendeinen extremen Plan B? Nein, wir haben keinen Plan B. Wir leben hier mit Haut und Haar, mit unserem Hab und Gut, mit allen unseren Tieren. Wenn wirklich etwas sein sollte, wissen wir nicht, es muss nicht unbedingt Krieg sein, es kann auch irgendetwas anderes sein, dann werden wir wieder über die Bücher gehen und entscheiden. Aber im Moment denken wir nicht, dass wir gerade fluchtartig das Land verlassen würden. Alles klar. Trotzdem, in dem Moment, wo ihr diese Entscheidung gefällt habt, was brauche ich denn, was muss ich mitbringen, um in Litauen, dort wo ihr seid, auch so ein bisschen zu überleben? Muss ich immer eine Kettensäge mit dabei haben, um mir den Weg freizusägen? Brauche ich eine Flasche Schnaps? Es ist ja auch nicht so wahnsinnig dicht besiedelt. Deswegen gibt es irgendetwas, was ich auf jeden Fall in Litauen, wenn ich unterwegs bin, immer mithaben sollte. Ja, das Telefon ist immer gut. Heutzutage mit dieser Technik ist man da natürlich schon verwöhnt, dass man sofort Hilfe rufen kann. Die kommt auch relativ schnell. Also man ist da nicht irgendwie stundenlang muss man warten, sondern man ist erreichbar. Also die Leute oder die Polizei, Feuerwehr, die sind, die kommen. Was man auch braucht, wir haben immer mal wieder Stromausfall. Ein Generator ist sicher gut. Das kann auch mal 24 Stunden Stromausfall sein. Das hatten wir gerade vor letzter Woche oder vor zwei Wochen, wo ein unerwarteter Schneefall wieder kam. Ein Allradantrieb wäre nicht schlecht, weil sie nicht alle Strassen asphaltiert. Ja, vielleicht so. Spannend. Woher kommen diese Stromausfälle? Ja, meistens vom Unwetter, wenn irgendwelche Bäume umfallen. Meistens. Das ist schon ein bisschen rauer. Also dieses Baltikum, da pfeift der Wind schon ganz schön. Aber wenn du sagst, boah, bei uns war heute ein richtiger Sommertag. Was war das dann für ein Tag? Waren das dann 21 Grad Lufttemperatur und 10 Grad Wassertemperatur? Oder wovon sprechen wir? Nein, es wird also hier tatsächlich gerne über 30 Grad im Sommer. Im Jahr, wo wir eröffnet hatten, hatten wir fast zwei Monate kein Regen. Es war wirklich heiß. Jeden Tag war es heiß. Aber das war schon auch eher die Ausnahme. Es gibt auch Winter, die noch minus 20 Grad sind. Aber das ist auch eher die Ausnahme. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf eure Auswanderung und auf die ganzen Vorzüge, die ihr hier genießt und die Aufgaben, die ihr wahrnehmt. Gibt es trotzdem irgendetwas tief in euch drin, was euch sagt, ach Mensch, unser altes Zuhause, das wäre irgendwie doch noch mal schön und irgendwas vermissen wir. Und wenn es am Ende vielleicht doch das Käsefondue ist. Ja, Käsefondue haben wir in unserem Hotel auch. So. Das muss natürlich sein. Ja, bis jetzt eigentlich nicht wirklich. Und die Schweiz ist ja auch relativ schnell erreichbar. Also mit dem Auto sind es knapp zwei Tage, die man unterwegs ist. Mit dem Flugzeug sind es zwei Stunden. Also man ist ja nicht so weit weg. Und auch vom Klima her, es ist nicht so, wo man sagt, ach, ich vermisse einfach wieder mal die vier Jahreszeiten, weil wir die hier auch haben. Und jetzt zum Ende haben wir unseren Fernruf, unsere ganz feste Rubrik, auf die wir alle schon ganz gespannt warten, weil wir dann alles so ein bisschen runterbrechen können. Was ist deine Lehre aus deiner Auswanderung? Was ist dein Fernruf an die Hörer? Ja, es gibt immer einen Weg. Man muss geduldig sein und einfach auch nicht zimperlich. Man braucht einen langen Atemdurchhaltevermögen und man darf einfach die Leidenschaft und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist sehr gut. Das ist kämpferisch. Das ist nach vorne blicken. Das ist wunderbar. Liebe Karin, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für die Einblicke, die Motivation und auch so ein bisschen die Beschreibung des Landes, von Land und Leuten und dafür, dass du uns auch die Idee eingepflanzt hast, dass man es schaffen kann in einem Land, auch wo man sich gar nicht auskannte, in das man sich aber verlieben kann. Das ist eine sehr schöne romantische Vorstellung. Euch alles Gute und liebe Grüße nach Litauen. Dankeschön. Grüße zurück an alle Hörer. Liebe Fernrufhörer, ich finde es immer wieder interessant, wenn wir hier im Fernruf Auswanderer zu Wort kommen lassen, die schon ein paar Jahre länger weg sind, ausgewandert sind. Die haben nämlich manchmal so ein bisschen einen unverstellten Blick von außen auf die alte Heimat und haben auch schon viel mehr Zeit auf dem Buckel, um auch weiterzugeben, wie lange es dauern kann, bis man im neuen Hafen sicher angekommen ist und die auch über Schwierigkeiten vielleicht ein bisschen besser berichten können als Leute, die jetzt erst vor zwei oder drei Jahren ausgewandert sind. Harald Nitz ist im Jahre 2006 ausgewandert und nicht nur deswegen freue ich mich jetzt mit ihm über seine neue Heimat Brasilien zu sprechen. Er wohnt im Süden Brasiliens und wir wollen gerne hören, wie es ist, in so einer schönen Kleinstadt wie er zu leben. Ich grüße Sie, Herr Nitz. Hallo. Ja, hallo. Ja, zunächst mal, was war Ihre Motivation, 2006 nach Brasilien auszuwandern? Fußballfans würden sagen, das war doch das Jahr des Sommermärchens. Wie kann man denn da aus Deutschland fliehen? Ja, das ist wichtig. Es war kurz vor der Weltmeisterschaft. Ich muss dazu sagen, ich bin also verheiratet mit einer Brasilianerin. Wir haben uns im Jahr 2000 kennengelernt. Ich hatte vorher schon einmal Kontakt mit Brasilien. Ich habe über das Studium ein Praktikum hier in Brasilien gemacht und war dann schon ein bisschen mit der brasilianischen Kultur vertraut. habe dann im Jahr 2000 meine Frau kennengelernt in Bochum. Sie war sechs Jahre mit mir in Deutschland. Und dann, wir hatten noch keine Kinder, wir hatten noch kein Eigentum, also keine Wohnung und nichts. Und wir haben uns dann überlegt, nach Brasilien auszuwandern. Und was waren damals die Herausforderungen? Also wenn Ihre Frau Brasilianerin war, dann gehe ich auch mal davon aus, dass Sie dorthin ausgewandert sind, wo Ihre Familie, also die Familie Ihrer Frau gewesen ist. Das heißt, Sie hatten da schon ein bisschen Starthilfe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, dann gleich zur Familie der Frau zu ziehen, ist halt vielleicht auch so ein bisschen herausfordernd, weil das bedeutet auch ganz schön Arbeit, oder? Ja, ich habe es eher als Starthilfe angesehen. Wir sind auch nicht direkt in die Stadt meiner Schwiegerelter gezogen, sondern das sind schon so fünf Stunden Fahrt von hier. Wir sind also hier im Großraum Florianopoulos. Das ist der Bundesstaat Santa Catarina im Süden von Brasilien. Meine Frau hatte hier schon Kontakt, hat hier studiert an der Universität. Und in der Kleinstadt, wo wir jetzt wohnen, hatte sie schon gearbeitet. Also sie kannte die Gegend halt. Und wir sind also dann hierher gezogen und haben hier gewohnt zu zweit erstmal. Und das Gute war natürlich, oder das Gute ist, dass die Familie in der Nähe wohnt, aber direkt dieselbe Stadt war es nicht. Ich stelle mir das schon wirklich interessant vor, wenn man gerade mit dem Lebenspartner und dann später Ehepartner in das Land des Partners zieht. Und für einen selber ist dann wirklich, naja, für sie war jetzt nicht alles neu. Sie haben ja da auch schon Praktikum gemacht und über den deutschen akademischen Auslandsdienst waren sie dort. Aber trotzdem, ja, den größeren Wissensvorsprung hatte natürlich sie. Sie mussten sich das alles komplett neu erschließen. Das kann ich mir schon herausfordernd vorstellen. Oder hat es Ihnen Ihre Frau und Ihre Familie und auch die Leute um Ihnen herum leicht gemacht? Ja, so ein bisschen Abenteuer ist das natürlich schon. Das ist klar. Also ich war damals 35 und ich sage mal so mit 45 macht man das dann eher nicht mehr. Und mit 35 ja schon. Es hängt aber auch, glaube ich, dann so ein bisschen natürlich am Beruf. Also ich bin im IT-Bereich tätig und habe in der Zeit mit Java gearbeitet, also als Programmierer. Und das ist natürlich dann schon eher ein internationaler Beruf. Das hilft dann auch. Ich konnte dann auch hier ziemlich schnell Anschluss finden, beruflich auch. Das hat zwei, drei Monate gedauert und dann war ich hier mittendrin. Aber klar, es ist eine Herausforderung. Das ist natürlich richtig. Bleiben wir mal gleich, weil Sie es angesprochen haben, bei dem Beruf. Also wie schwer ist es denn für Auswanderer heute? Was glauben Sie, sich da beruflich irgendwie durchzusetzen? Natürlich, es kommt immer ganz auf den Arbeitsmarkt an. Aber sehen Sie, dass es eine gewisse Fluktuation gibt, gerade in der Stadt, in der Sie leben? Dass man sagt, es gibt viele Leute, die es hier versuchen, aber viele, die es auch nicht schaffen. Und dann ist es ja bei Einwanderern nochmal ein bisschen schwerer, oder? Also inwieweit ist gerade für Einwanderer vielleicht der Arbeitsmarkt in Brasilien eher herausfordernd? Ja gut, also die Sprache sollte man hier schon können. Also als ich angekommen bin, wusste ich natürlich auch jetzt nicht, da habe ich natürlich jetzt nicht den ganzen Sprachschatz und Wortschatz gehabt, den ich jetzt habe. Aber ich konnte mich schon einigermaßen verständigen, auch an der Arbeit halt. Das sollte man hier schon können. Aber sonst, wenn man hier fleißig ist und vielleicht auch ein Handwerk gelernt hat oder auch in einem anderen Beruf ist, der jetzt sagen wir mal nicht speziell auf Deutschland gemünzt ist. Ich stelle mir jetzt vor, wenn man zum Beispiel Rechtsanwalt in Deutschland ist, dann kann man halt hier auch schwer anfangen, weil das nicht eine ganz andere Grundlage ist oder in der Verwaltung war in Deutschland. Dann ist das natürlich auch schlecht. Aber sonst, wenn man Handwerk kann, dann kommt man hier zurecht. Also wenn man da findet, man auch einen guten Beruf, denke ich. Sie wohnen in der Kleinstadt Santo Amaro da Imperatriz. Das ist im Süden von Brasilien. Da leben circa 23.000 Menschen. Was macht diese Stadt aus? Also was ist es auch, wovon sich die meisten Leute dort ernähren? Ist es der Tourismus? Ist es der IT-Bereich? Was macht diese Stadt quasi wirtschaftlich groß? Also einmal sind wir hier in der Nähe von Florianópolis. Das ist die Hauptstadt des Bundeslandes. Das ist ein Großraum von fast einer Million Einwohner. Und wir haben bis dahin sind es ungefähr 30 Kilometer. Also das kann man, wenn der Verkehr gut ist, fährt man das ziemlich schnell. Meistens ist er nicht so gut. So Rushhour, sag ich mal. Und ich hatte auch in den ersten vier Jahren habe ich dort gearbeitet. Und das ist das eine. Viele fahren halt dorthin, um dann in der Verwaltung oder im Büro zu arbeiten. Auch dann natürlich für die Landesregierung oder sogar für andere Regierungssachen, für Regierungsstellen. Die andere Sache ist, hier in San Tomaro, wir sind so das Tor zur Landwirtschaft, Gemüseanbau haben wir hier viel. Von daher eine große Supermarktkette ist hier in unserer Stadt entstanden, die jetzt im ganzen Großraum tätig ist und verschiedene Supermarkt-Fedialen hat. Landwirtschaft ist also da. Wir haben viel Gemüseanbau, auch Rinderzucht. Also alles sehr, schon eher grün hier rundherum. Aber halt, wie gesagt, in der Nähe von der Großstadt, sodass man da auch einige Vorteile hat. Das klingt so ein bisschen nach Speckgürtel. Also wer doch irgendwie ländlich oder nicht ganz ländlich, aber doch in einer Kleinstadt leben will, wo man doch vielleicht ein paar mehr Leute kennt, nicht alles so anonym städtisch ist. Aber es klingt für mich nach einer klassischen Stadt, wo eigentlich ein sehr gehobener Mittelstand lebt, oder? Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist richtig. Der Vorteil ist hier, wir mittlerweile, meine Frau ist Ärztin und die hat natürlich über die Patienten, dann kannst du schon von Anfang an viele Leute. Das ist der Vorteil hier, wenn man auf der Straße ist, kenne ich jetzt schon viele, mit denen ich ins Gespräch kommen kann. Das ist halt der Kleinstadt-Vorteil und trotzdem habe ich den Vorteil, dass man halt trotzdem die Vorzüge von einer größeren Stadt auch noch hat mit allen kulturellen Angeboten. Absolut. Und ich habe auch gesehen, als ich nach ihrem kleinen, also kleinen, ja, ich meine 23.000 Einwohner in Österreich, wäre das schon eine mittelgroße Stadt, ja, habe ich gesehen, das ist ja unfassbar bergig, ja. Und ich denke immer noch, ach Brasilien, ja gut, da gibt es einfach wahnsinnig hohe Tropenbäume und viel Tropenwald und sehr viel weite Mais und Sojafelder. Aber dass das dann auch so bergig ist, da braucht man schon stramme Wadeln bei Ihnen, oder? Stimmt, wir haben gute Berge, aber entweder man geht da gar nicht hoch, wenn sie die Berge jetzt in der Stadt sind, klar, dann muss man hoch. Aber dann haben die meisten nur ein kleines Motorrad oder fahren mit dem Auto, sag ich mal so. Wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit so? Also was bietet sich da an? Es sieht auch so aus, als wäre es nicht so wahnsinnig weit weg von der Küste. Man kann vielleicht auch mal irgendwie schwimmen fahren oder so. Aber was ist das, was Sie für sich auch entdeckt haben, was Ihnen auch so die Zeit vertreibt, wo Ihre Leidenschaft dranhängt? Wie beschäftigen Sie sich freizeitmäßig? Einmal fahre ich gern Fahrrad, nicht so gern die Berge hoch, wie gesagt. Ich habe den Vorteil, wir haben noch ein paar Ecken, die ziemlich flach sind. Also ich fahre sehr gerne Fahrrad, jetzt nicht immer ganz weiten Strecken, aber dafür regelmäßig. Ab und zu machen wir natürlich Ausflüge zum Strand auch oder halt andersrum in die Berge. Dort, wo man verschiedene andere kleine Städte besuchen kann. Aber so tagtäglich habe ich letztes Jahr angefangen, Klavier zu spielen. Also das ist natürlich mehr so ein Hobby im Haus drin, ist klar. Aber in späten Jahren habe ich das nochmal angefangen und das sind so im Moment so meine Hobbys vor allem. Kommen wir mal vielleicht so zu Ihrem Blick auf die Welt. So als Auswanderer, ich habe es vorhin angesprochen, Sie sind jetzt schon ein bisschen länger weg, haben aber, nehme ich jetzt mal an, auch den Blick und den Draht zu Ihrer Heimat, ehemaligen Heimat Deutschland nicht verloren. Sie haben sicherlich noch Verwandte dort. Mit was für einem Blick sehen Sie auf Europa und auf Deutschland? Und was für Gefühle haben Sie da? Eher bedauernde, dass Sie weggegangen sind? Oder wundern Sie sich, was in Deutschland gerade passiert? Oder hat man in Brasilien im Großen und Ganzen den gleichen Ärger, die gleiche Freude oder den gleichen Wahnsinn? Also einmal seit 2006, seit ich weg bin, ist mit Deutschland weg abgegangen. Das sage ich dir aber ein bisschen im Spaß. Aber ein bisschen Wahrheit ist vielleicht auch dabei, wenn man so manche Statistiken anschaut. Aber naja, also erstmal, ich verfolge also die Nachrichten und so auf verschiedenen Kanälen mittlerweile oder immer noch aus Deutschland. Und klar, bei manchen Sachen macht man sich schon so ein bisschen Sorgen. Gerade was so Wirtschaft anbelangt und die anderen großen Themen, die im Moment gerade aktuell sind. Und aber im Prinzip ist es schon so, also in Brasilien haben wir auch genug Probleme. Von daher habe ich hier auch Nachrichten, die so ähnlich ablaufen. Also sei es Inflation oder die Wirtschaft oder halt die ganzen anderen Sachen hier mit Vogue und dem ganzen Kram. Ja. Ach tatsächlich. Ja, ist es nicht, glaube ich, nicht ganz so stark wie in Deutschland. Aber so ein bisschen in den Großstädten, so Sao Paulo, fängt das auch langsam so an. Und wie schlägt sich das nieder? Irgendwelche queeren Züge durch die Stadt? Und so, ich meine, die Brasilianer trommeln ja ohnehin gerne. Und hinter wem denn hergelaufen wird, ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, Hauptsache im Rhythmus. Ja, also im Moment so diese Sachen mit dem Islamismus, was natürlich ganz klar, ganz aktuell ist, das haben wir zum Beispiel nicht, weil ja wirklich Brasilien sehr katholisch ist. Ja, und also sehr, sehr wenig andere Religionen hier sind. Das haben wir zum Beispiel nicht. Aber so die ganzen anderen Sachen. Aber vor allem geht es um die Wirtschaft. Also da muss ich aber sagen, da hat Brasilien eher schon, ist das gewohnt. Die sind Kummer gewohnt, die sind Inflation gewohnt. Das steht auch in den Verträgen zum Beispiel drin, dass das der Inflation immer angepasst wird, ganz automatisch. In Mietverträgen oder in anderen Sachen. Von daher ist man das hier eher gewohnt. Genauso wie die Brasilianer eher so krisengewohnt sind. Also die kümmern sich dann, irgendwie kriegen die das immer hin. Also das ist ganz interessant. Also es wird auch wenig so gejammert, finde ich. Was sie gerne jammert an sich, höchstens mal klar über die Bundespolitik, wird aber wenig. Es wird wenig gejammert. Also man schaut eher so auf die Familie. Ja, man schaut auf die Familie, man kümmert sich um die Familie, macht eine kleine Party über die Familie oder macht sowas. Das habe ich mich schon immer gefragt. Brasilien ist ja ein großes Land, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, man schimpft dann auf die Bundespolitik. Gehe jetzt mal fast davon aus, dass der Südbrasilianer wenig Leute aus dem Norden kennt. Es sei denn, man hat sich vielleicht zufällig bei dem Länderspiel irgendwo mal im Fanblog getroffen oder so. Aber ich weiß nicht, wie mobil sind die Leute? Auch von denjenigen, die sich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel leisten können. Wie weit kommen die Leute im Land rum? Wie weit kommen die in den Austausch miteinander? Und jetzt eigentlich das Interessante, was ich mich gefragt habe, ist, was macht dann den Brasilianer zum Brasilianer? Also inwieweit kann sich der Nordbrasilianer mit dem Süd und der Ost mit dem Westbrasilianer identifizieren? Auch unter dem Aspekt, dass es eigentlich auch ein krasses Einwanderungsland von vielen Europäern ist, Italienern, Spaniern, auch Deutschen und Franzosen und so weiter. Also was macht den Brasilianer zum Brasilianer? Und sagen Sie jetzt nicht nur Fußball? Nein, nein, nein. Also nicht nur Fußball. Also klar, erstmal gibt es Unterschiede. Das ist natürlich klar. Hier im Süden waren es vor allem italienische, deutsche Einwanderer, die so den Süden hier mitgeprägt haben. Ein paar auch aus Polen und der Ukraine und aus wenigen anderen Ländern noch. Und im Nordosten, also Bahia und im Norden von Brasilien, entweder gibt es die Indios oder halt auch die von den Sklaven abstammen. Man hat diesen regionalen Unterschied auf jeden Fall. Also das stimmt. Aber trotzdem finde ich, egal wo man hinkommt, man weiß immer, dass man in Brasilien ist. Also einmal Lebensfreude. Die Brasilianer sind immer freundlich, wollen einem immer helfen, wenn man irgendwo fragt, irgendein kleines Problem oder irgendwo hin will. Man bekommt immer geholfen. Man will jemandem helfen. Man kommt sofort ins Gespräch, egal wo man ist. Neulich war meine Mutter zu Besuch, hier vor einem Monat. Und wir standen vor der Kirche und dann wollten wir zusammen ein Foto machen. Da kam sofort jemand, hat gefragt, ob er ein Foto machen kann für uns zwei. Ich sage, ja, klar. Und dann ging schon ein kleines Gespräch los. Ja, seine Tochter würde auch in Deutschland studieren und wurde sich fünf Minuten unterhalten und dann ging es weiter. Also sofort dieses spontane Gespräch, die Lebensfreude. Und das findet man wirklich überall. Das ist sehr schön, ja. Begeben wir uns in die Perspektive des potenziellen Deutschland-Auswanderers und Brasilien-Einwanderers. Wie kann ich es denn schaffen, gerade bei Ihnen in Ihrer Kleinstadt irgendwie einen Fuß auf die Erde zu kriegen, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich? Also hat das eine spezielle Dynamik? Muss ich ein paar gewisse Dinge beachten? Einwanderung in Brasilien heute, wie geht's? Ja gut, es kommt immer darauf an, ob man irgendwie schon ein Draht hat oder eine Verbindung zu Brasilien. Das ist schon mal das eine. Ich hatte mich damals, obwohl ich natürlich sofort ein Visum bekam, weil ich ja schon verheiratet war mit einer Brasilianer, war das verwaltungstechnisch jetzt relativ einfach. Aber ich hatte mich vorher auch beim Raphaelswerk informiert. Das ist eine Organisation in Deutschland, die sich halt um Auswanderer kümmert oder ein paar Tipps gibt. Und die haben mir ein paar Tipps gegeben, auch verwaltungstechnisch, aber auch so gesellschaftlich. Und die haben gesagt, so nach ein paar Jahren muss man sehen, entweder manche suchen halt so noch den deutschen Kontakt, so andere Deutsche. Und andere nehmen die Kultur komplett an und werden ein Teil der basilarischen Kultur. Das ist eher so bei mir der Fall. Als konkrete Maßnahme, wie kann man hier einen Fuß in die Stadt kriegen oder bei uns in die Gegend? Erstmal natürlich muss man, also wenn man einen Beruf kennt, wie ich schon gesagt habe, der Handwerk ist oder irgendwas, was hier gebraucht wird. Das ist natürlich schon mal sehr wichtig. Ich habe aber auch viele kennengelernt, die Rentner oder Frührentner sind hier in Großraum Florianopolis, die auch schon vorher Kontakt hatten zu Brasilien und hier jetzt als Rentner leben. Aber so als Beruf würde ich das schon sagen. Also sich informieren vorher in Deutschland schon und dann je nachdem ungefähr schauen, was man für einen Beruf hat und wie man hier, was hier gebraucht wird. Also Handwerk auf jeden Fall, egal welches, kommt man hier gut zurecht. Ja, das wäre es ungefähr. Wie sind denn die Lebenshaltungskosten bei Ihnen? Wir haben es schon angesprochen, so ein bisschen die Nähe zur Großstadt, so ein bisschen Speckgürtel, so ein bisschen gehobener Mittelstand. Würden Sie trotzdem sagen, im brasilianischen Mittel oder im brasilianischen Verhältnis ist da, wo Sie leben, relativ teuer? Im Vergleich zu anderen Städten nicht. Also wir sind wie so im Mittel ungefähr. Da ist also die Lebenshaltungskosten in São Paulo, in der Großstadt oder sehr viel teurer, ja. Also bei uns ist das noch okay. Ja, manche Sachen sind natürlich schon teurer. Das liegt einigerseits an den Einfuhrkosten, aber auch dann an Steuern, die hier auf viel bezahlt werden. Natürlich auch sehr hoch besteuert alles. Das sind nicht immer Deutschland und Brasilien, wo Kopf an Kopf rennen, glaube ich, weltweit. Also man muss schon gut verdienen, damit man hier dann auch gut leben kann. Das hat mir schon einer gesagt, dass ich das erste Mal in Brasilien war. Brasilien ist ein schönes Land, aber man muss gut verdienen. Das ist bestimmt schon so, weil viele Sachen halt auch sehr teuer sind. Also Sie sind 2006 ausgewandert. Gibt es denn seit den letzten drei, vier Jahren so einen Zuzugsschwall? Weil ich habe auch über die Fernrufsendung jetzt mit einigen Leuten zu tun gehabt, die sich wirklich sehr intensiv Gedanken darüber machen, wo sie hingehen. Viele gehen in den Osten Europas, viele gehen aber eben auch nach Südamerika. Viele schließen dann aber auch wieder Brasilien aus, weil es eben Portugiesisch ist und nicht Spanisch von der Sprache her. Aber trotzdem, es gibt ja, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, diese alten deutschen Siedlungen, diese 30 deutschen Familien, die sich damals im Süden Brasiliens dort angesiedelt haben. Der Sprachstamm, der Deutsche im Süden Brasiliens ist vorhanden. Im Internet stand, dass sie schon in eine Familie zum Glück kamen, wo schon ein bisschen Deutsch gesprochen wurde. Haben Sie viele deutsche Auswanderer aus den letzten drei Jahren, die bei Ihnen irgendwie Unterschlupf gefunden haben? Jetzt nicht bei Ihnen selber, aber in Ihrer Gegend? Ja, wir hatten uns mal regelmäßig getroffen vor einigen Jahren. Also alle Deutschen, die hier so im Großraum Florianopoulos leben. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen, weil ich da doch ein bisschen weit ab vom Schuss bin, weil das ein bisschen weit ist für mich zu fahren. Da habe ich also so ein bisschen den Kontakt verloren, was jetzt nochmal neue Zuwanderer anbetrifft. Ich weiß, dass es regelmäßig welche kommen, aber ich persönlich kenne ich jetzt keine aus den letzten drei, vier Jahren. Manch anderer, der schon eine Zeit hier ist. Ich habe das große Glück, wir haben hier eine deutsche Brauerei, also auch einen Auswanderer, der vor 15 Jahren hier nach Brasilien gekommen ist und aus Baden, aus dem Raum Baden und der dann hier bei uns in der Stadt eine Brauerei aufgemacht hat. Also von daher, ja, ja, das ist schon mal das ist gut, dass man schon ein deutsches Bier trinken kann. Und Leute, die schon länger hier sind, die kenne ich, aber so jetzt speziell die letzten drei, vier Jahre habe ich jetzt nicht so viele neue kennengelernt. Okay, gut. Also das, was nicht ist, kann ja natürlich noch werden. Ansonsten, jetzt sind wir schon bei den Endkategorien von unserem Gespräch. Herr Nitz, mich würde interessieren, Ihre Zeit von 2006 bis heute, wie würden Sie die sehen? Was sagen Sie einfach so zu Ihrer Auswanderung? Und vor allem, gibt es etwas, was Sie anderen Auswanderungswilligen, die jetzt den Fernruf hören, sagen möchten? Also 18 Jahre ist natürlich schon mal eine große Zeit. Was ich so mitnehme für mich, also ich bereue den Schritt auf keinen Fall. Ich will auch nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück. Also das habe ich im Moment gar nicht auf dem Programm, dass ich wieder nach Deutschland zurück möchte, sondern mir geht es hier sehr gut. Ich bin verheiratet, wir haben eine Tochter, die ist gerade 15 geworden. Wir wohnen gut. Also ich bin sehr zufrieden hier. Und als Tipp für Leute, die auswandern möchten, also Brasilien ist ein schönes Land, wenn man das alles annimmt, die Kultur und so weiter. Wenn man hier fleißig ist und kommt natürlich immer sehr aufs Alter drauf an, wann man das macht. Wenn man hier gut leben will und fleißig ist, dann kommt man hier sehr gut zurecht. Okay, das ist eine gute Nachricht. Ich denke, fleißig wollen viele Leute sein. Ja, wunderbar. Herr Nitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Wir haben jetzt mal ein schönes Gespräch geführt mit jemandem, der nicht in den großen Metropolen lebt und auch so ein bisschen einen Sensor dafür hat, wie die Leute eben in so einer Kleinstadt ticken. Und wir nehmen mit, wenn man fleißig ist, dann kann man es in Brasilien absolut schaffen. Und jetzt freuen wir uns auf die Musik. Herzlichen Dank, Herr Nitz und Ihnen alles Liebe und Gute. Ja, herzlichen Dank auch für das Gespräch, für die Gelegenheit und schöne Grüße an die Redaktion auch und nach Deutschland. Das war es wieder mit dem Fernruf für diese Woche. Ja, ja, wir haben gehört, in Brasilien gibt es auch mittelgroße Städte. Und so langsam kommt auch dort der woke Wahnsinn so ein bisschen an, wenn auch nicht ganz so heftig wie in Europa. Es lohnt sich geschichtlich, einen Blick auf Litauen zu werfen. Das haben wir jetzt heute noch gar nicht angerissen. Wenn Sie im Internet ein bisschen rumstöbern, dann werden Sie feststellen, Litauen war im Mittelalter ein riesiges Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Dazu vielleicht an einer anderen Stelle mal ein bisschen mehr. In allem ein bisschen kleiner und am Rande von Europa gelegen ist es. Und dass man dort tollen Urlaub machen kann und sogar als Schweizer Auswanderer hängen bleiben kann, das hat uns Karin Bolliger erzählt. Wenn Sie mir Ihre Auswanderergeschichte erzählen möchten, tun Sie das bitte gerne. Ich freue mich immer, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie mir über fernruf.kontrafunk.radio. Und jetzt darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Stanowski. Machen Sie es gut und bis bald. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio.